Bist du so ein Fleischretter, so ein Monster? Okay, egal. Aha! Okay. Das ist... So ein Verkaufsautomat, ja? 3... 3JD. Kann ich hier einfach so... Kann ich sagen, was ich haben will? Das ist ja Sojamilch, das wissen wir. Was ist das? Ich wollte aber jetzt nichts kaufen. Ne, ich kaufe jetzt nichts. Notiz von der Baustelle, Reparaturen der Beleuchtung im Erdgeschoss des Hauptgebäudes. Die Verkabelung der Werkstatt wird länger dauern als gedacht. Die Reparaturen erforderen umfangreiche Bauarbeiten. Die Entfernung der Ventilatoren zwischen Werkstatt, dem Klassenzimmer und für Hauswirtschaftslehre und den Toiletten wird notwendig sein. Okay... Oh Gott! Welches hat hier geklingelt? Telefonkarten? Telefonkarten. Ne? 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 Okay, kann ich nix nehmen. Kann ich rennen? Ne? Ne. 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 Ne? Weissdang? Er läuft wie Quasimodo mit der Leider in der Hand. VÖGM! Brains. Dann kann ich das hier so aufstehen, oder. Ach. Jetzt mit der Drahtschere kann ich das einfach so entklingen Ach So Ach, vielleicht hätte ich auch da rausgehen können Kann ich da raus? Kann ich dich nehmen, leider? Ach, zu spät jetzt Oh, das hätte ich jetzt aber gerne gewusst ob ich hätte ich da leider vielleicht da aufgestellt und dann wäre ich raus aus dem Gebäude gekommen Du sollst dir doch nach dem Becken die Hände waschen Ich hab's dir 10.000 Mal gesagt Oh Gott, ey Stärker Tobak Ah Oh, sogar zwei schon Zwei Nachrichten, oder wie? Warte mal Das war jetzt das Erste, ne? Und jetzt, weil wir die Karte doch aus der Schülerzeitung haben haben wir jetzt hier den Standort, oder nicht? Und was ist jetzt hier? Sorge für Licht und du wirst finden, wonach du suchst Wenn dir dein Leben lieb ist lass dich nicht vom Hausmeister erwischen Ja, gut Ah Rätsel Einige Rätsel müssen mit dem Cursor gelöst werden Wenn du den Cursor in Form einer Hand annimmst kannst du den entsprechenden Bereich manipuliert werden Bewege die Objekte Also wie man ein Rad dreht Was ist hier unter? Was ist hier? Ne, ähm Ich kann nicht sehen, was das ist, ne? Das ist eine Küche, ne? Da ist ein Herd Also die Kantine, oder was? Die Schulküche Ach so, Hauswirtschaftslehre, natürlich Noch ein Ventil, was ist denn hier? Oh ja Ach Quatsch Und von da kam ich jetzt Und hier muss ich weiter, ne? Jawohl Toe kann ich jetzt Ich kann nicht sehen, was das ist, ne? Ja, ich kann nicht sehen, was du ganz klar bist Hier ist ein Sphech Ach so, was du ganz klar bist Ich kann nicht mehr, wie du ganz klar bist Überfall. Was? Oh. Im Dokument, das du gefunden hast, verbirgt sich der Weg, den du einschlagen musst. Okay. Ich mach einfach mal Klick. Oh. Ich hab gar nicht nachgedacht. Ich hab einfach Incentiv geklickt. Was haben wir denn da? Metallmarke. Metallmarke. Eine Holzmarke, die mit dem Symbol für Metall versehen ist. Ein Glücksbringer. Ja, das nehmen wir mit. Loot, 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 loot. Was? Gib uns das, das wollen wir. Ist hier vielleicht noch irgendwie ein Code oder so? Ne. Und was haben wir hier? Klassenzimmerschlüssel für die Hauswirtschaftslehre. Okay. Dieser Schlüssel schließt das Klassenzimmer für die Hauswirtschaftslehre auf. Okay. Kann ich hier noch irgendwas? Der war ja im Safe, ne? Gut versteckt, der Schlüssel. Was haben wir hier? Notiz des Montagetechnikers. Die vorhandene Verkabelung ist verbogen und die Metalldrähte sind stark korrigiert. Die Reperturen werden mehrere Tage dauern. Also hier, würde ich schon sagen, verrostet. Die Ursache der Korrosion ist unklar. Sollten Sie die Korrosion über Ladung verursachen, wird ein Alarm ausgelöst und kann diesen vorübergehend durch die Verknüpfung der dritten und vierten Steckleuchte und so. Achso, das, was wir gemacht haben. Ja, gut. Gut, gut, gut. Das war hier, ne? Kann ich das nochmal aufmachen? Ne. Was ist das hier? Was ist denn? Wo bin ich denn? Ach, da kam ich rein. Ja. Ja, für Smelly Madness. Okay. Ja, ich will hier nur halt mal gucken, ob, ähm, hier kommt man nicht weiter. Kann ich springen nicht? Boah, jetzt ist das so dringend zu springen. Ist hier noch was drin irgendwie? Oder eine Münze vielleicht? Wenn da schon rausgesprungen kommt, vielleicht liegt da ja noch was drin. So, okay, dann. Die Schule scheint ein gefährlicher Ort zu sein. Und ich glaube, der Hausmeister ist wahnsinnig. Kümmern sich das nächste Mal doch selber drum. Um... Also, das ist das Voilà. Das war's für heute. Vielen Dank. Schlüssel für den zentralen Korridor vom Hauptgebäude 1. Warum hat die so einen Schlüssel eigentlich? Ist sie vielleicht die Tochter des Hausmeisters oder des Direktor? Ihr Schlüssel schließt die Feuertür zum zentralen Korridor im Erdgeschoss vom Hauptgebäude 1 auf Okay Und was hast du vor hier? Was? Suchst du da meinen Freund der Baum oder? Ja, ich Okay V4Map Nee, Moment Die hat doch jetzt den Schlüssel hier für das Kann ich da jetzt rein? Ist das das hier? Nee Das ist ein weiter, oder? Kann ich jetzt hier rein? Ich habe den Schlüssel ihr gegeben, aber So Ich will hier auch rein Gib mal Schlüssel Mensch Mal Ich